Elijah Bon Jovani. Wie alt bist du? 18 Jahre alt. Auf welcher Position spielst du? Außenverteidiger, Flügel und Sturm. Was waren deine bisherigen Vereine? SGV Freiberg, TASV Hessegheim, Löchgau, 08 Bissingen, Karlsruhe SC. Wer ist dein Vorbild? Knabry und Mbappé. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? Metziti. Was sind deine persönlichen Ziele? So weit wie möglich meine fußballerische Karriere zu bringen und natürlich auch Profi zu werden. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Hoch mitzuspielen, viele Siege zu generieren und natürlich auch einfach eine gute Saison spielen.